Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Okami HD. Weiter geht es hier an der nördlichen Ryoshima Küste, von woraus wir eigentlich einen Weg in die Draconiergefilde finden wollen. Allerdings weiß ich doch noch nicht so ganz genau, wie ich das eigentlich anstellen will. Der einzige Hinweis, den ich ja jetzt momentan habe, ist von diesem Typen, der jetzt hier irgendwo am Strand ist. Ich glaub mal, das ist der da hinten oder so. Jupp, das ist tatsächlich dieser Typ. Denn der hat mir nämlich ja irgendwas von einem Orca erzählt, der hier immer jedes Mal erscheinen sollte. Ich kann ihn ja nochmal deswegen fragen. An dieser Pier habe ich Orca getroffen. Ich habe raus auf die Seele geschaut, da kam er mit der Morgensonne. Orca kommt nur, wenn du es wert bist, den Drachenpalast zu betreten. Ah ja, interessant. Na gut, also mit der Morgensonne hat er ja gesagt. Also ich würde mal sagen, also ich müsste vielleicht einmal hier Nacht und dann wieder Tag werden lassen und dann würde er wahrscheinlich erscheinen. Aber bevor ich das hier mache, will ich mich ja natürlich hier noch ein wenig umgucken. Immerhin ist hier noch eine Menge interessantes Zeug und das will ich ja auch nicht verpassen. Oh, und da wird es auch plötzlich wieder Nacht. Na gut, wie gesagt, also erstmal hier ein bisschen umschauen, weil dazu hatte ich ja im letzten Part ja überhaupt keine Gelegenheit gehabt. Jedenfalls nicht so richtig. Okay, den Hund habe ich gefüttert, dieses Kleeblatt habe ich auch ausgegraben. Mit dem Händler hier habe ich ja glaube ich auch schon geredet, soweit ich mich erinnere. Na gut, aber ich stehe mich dann trotzdem erstmal hier noch ein bisschen weiter in diesen Bereich rum. Also hier ist erstmal mein Spiegel. Aber hier war ja noch irgendwo ein Haus und da wollte ich auch erstmal kurz reingucken. Habe ich jetzt hier doch schon alles gemacht? Verdammt. Ja gut, das weiß ich jetzt leider nicht mehr genau, was ich mir jetzt hier eigentlich überhaupt hier alles schon angeschaut habe. Weil es ist echt ein bisschen länger her, seit ich das letzte Mal hier was aufgenommen habe. Der Grund dafür war ja leider, dass ich erstmal hier für mindestens eine Woche lang ein bisschen erkältet war und deswegen auch nicht in der Lage war, hier irgendwas aufzunehmen. Weshalb es sich ja leider mit dem Part hier ein bisschen hier verzögert hat. Wenn du nach Ubineko suchst, der ist wieder draußen. Er scheint sich wegen deiner Kochkunst große Sorgen zu machen. Versuch ihm mal etwas aufzumuntern. Ja, wie denn? Nettes Katzenmädel. Okay, da ist ja der Typ hier. Okay, hier bin ich also auch schon gewesen. Ja genau, der war ja glaube ich hier irgendwas wegen Fisch oder so. Ja, ich weiß nicht, was mit dem Wasserdrachen los ist. Aber ich weiß, dass der Fisch, den ich brauche, nicht anbeißt. Ich habe schon den Fischer gefragt. Ich kann einfach nichts mehr weiter tun. Ich schätze, ich muss hier sitzen und auf gute Nachrichten hoffen. Ja, gut. Alles klar, gut. Ich glaube, jetzt weiß ich ja, was ich noch hier machen wollte. Und zwar genau jetzt eben halt wegen diesem Fischer. Ich weiß jetzt nicht, wer genau das jetzt hier war. Vielleicht war es ja auch dieser eine dicke Typ, der ja auf seinen Orca hier wartet. Ich weiß jetzt nicht so richtig. Oh, hier sind ein paar Katzen. Habe ich aber auch schon gefüttert. Ja, ich glaube, sogar diesen Bereich hier habe ich sogar komplett schon mal hier alles abgesucht, würde ich sagen. Oh Mann. Nervensäge. Du hast aber auch echt nichts Besseres zu tun, als mich hier zu stören, oder? Na gut. Ging ja wenigstens mal ordentlich schnell hier, also mit den neuen Perlen. Das ist ja auf jeden Fall verdammt genial. Okay, äh... Wo wollte ich jetzt eigentlich nochmal hin? Genau, diesen Fischer suchen. Der ja eigentlich ja für diesen Umineko ja hier... ...frischen Fisch fangen soll. Und dann habe ich ja eigentlich in seiner Küche ja noch was anderes gesehen. Und das sah ja nämlich aus wie so eine... ...art Pinseltechnik oder so. Und da ist auch noch so ein Haus. Da bin ich ja auch noch gar nicht drin gewesen. Denke ich mir zumindest mal. Okay, hier ist Fisch. Ja, ich würde mal sagen, dass hier ist ein Fischerhaus. Frau Urashima, sieh an, sieh an, bist du aber ein gutaussehender Wolf. Was treibt dich in dieses alte Strandhaus wie diesem hier? Ich habe leider nichts für dich, aber du kannst dich hier ausruhen, wenn du möchtest. Äh, danke, aber kein Bedarf. Meine Mission erfüllt sich ja schließlich nicht, indem ich hier einfach nur rumliege und nichts tue. Und hier kann ich ein paar Schweinchen füttern. Gut, dann nehmen wir einfach mal hier so eine Ladung Samen. Skippen das mal wieder schnell. Und bekomme erstmal wieder hier ordentlich Glück. Und ich müsste mal kurz gucken. Äh, Tintenfässer, genau. Ich brauche hier insgesamt 400, um hier die letzte... ...um das letzte Fass hier zu kriegen. Und dann will ich jetzt mal überlegen, was ich als nächstes aufwerten möchte. Den Geldbeutel vielleicht? Wäre ja gar nicht mal so schlecht. Aber ich denke mal, ich werde mich als nächstes mal hier auf meine Lebensenergie mal konzentrieren. Okay, äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, erstmal hier kurz beim Pier gucken. Also ich würde mal sagen, hier kann man ja immer ganz gut angeln, aber sieht jetzt halt nicht so aus, als ob das möglich wäre. Okay, da ist noch eine Muschel im Wascher... Wasser? Muschel im Wascher, genau. Und hier haben wir erstmal eine Vase. Na gut, warum eigentlich nicht? Heißt erstmal wieder schön viel Geld für mich. Okay, dann gucke ich mich erstmal hier bei diesem Wasserfall um. Erstmal hier kurz gucken. Gut, viel Interessantes ist hier auch nicht. Also jedenfalls hier nicht irgend so eine Quelle, bei der ich jetzt hochspringen kann. Aber hier ist eine Mährungfrohquelle, sehr gut. Gut, dann gucke ich mich erstmal hier hin. Und da geht schon wieder die Morgensonne auf. Ja, schön. Aber erstmal sehe ich mir das hier an, ein Dämonentor. Okay, ein erledigt, der andere... Ah, Mist. Kann es echt sein, dass jetzt irgendwie jetzt die Gegner, die jetzt auf einmal hier kommen, überhaupt keine Dämonen-Szene mehr fallen lassen? Selbst wenn ich sie jetzt hier so zerschneide? Das ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Und wow, das nenne ich mal einen Chickenbaum. Vielleicht ein bisschen Moos verwachsen, aber ansonsten... Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Und hier ist sogar auch noch ein Typ erschienen. Und Häschen! Häschen! Kriegen erstmal hier lecker Grünfutter. Und das ist kein Typ, das sieht aus wie... Warte mal. Ja, so ein junges Mädel ist das. Was machst du denn hier? Oh, hallo Hühnchen! Bist du gekommen, um den Turm Katzenschreis zu sehen? Man kann es von hier aus hören. Dieses Katzenschrei. Diesen Katzenschrei. Es hört sich so traurig an. Der Turm wurde vor langer Zeit auf dieser Insel gebaut. Man sagt, auf seiner Spitze soll eine riesige Katzenstatue stehen. Früher war das mal eine echte Katze, aber nachdem sie ein wirklich langes Leben hatte, wurde sie zu einem Gott. Dann bade sie diesen Turm von seiner Spitze aus, über die Welt zu wachen. Aber der Turm war so hoch, dass die Katze Angst hat bekommen und nicht mehr runterkommen konnte. Sie war so lange da oben, dass sie zu stein wurde. Und sie ist die ganze Zeit alleine da oben. Darum schreit sie, sogar heute noch. Ist das nicht die traurigste Geschichte, die du je gehört hast? In gewisser Weise ja schon. Eine Katze, die hoch oben auf dem Turm lebt? Das muss der Quittenturm sein, verdammt nochmal. Ich meine, das Ding ist so hoch, dass man nicht mal die Spitze sehen kann. Naja, aber wie auch immer, ich komme da jetzt glaube ich wahrscheinlich nicht so einfach rüber. Obwohl, wenn ich das mit dem Seerosenblatt machen würde, das könnte schon hinhauen, aber das würde wahrscheinlich viel zu lange dauern. Na gut, ich seh mich jetzt erstmal hier beim Hafen um. Oh, und hier kann ich sogar noch was ausgraben. Dann mache ich das mal. Da fällt mir eigentlich ein bei der normalen Ryoshima-Küste. Also irgendwo da hinter der Taka-Ebene war ja doch auch noch so ein Loch, dass ich so auf diese Weise aufbuddeln könnte. Ui! Ist das schön! Überall so viele Häschen! Die werden jetzt natürlich hier alle so schön gefüttert. Das bringt jetzt erstmal ordentlich Glück. Ganze 30 Punkte erstmal. Guck mal. Und hier ist auch noch was zu ergraben. Ein Kleeblatt und eine Kugel Solarenergie. Boah. Gut, dann fehlt ja nicht mehr viel. Jetzt muss ich nur hier die Bäume zum Blühen bringen. Oh. Muss ja schon so ein richtiger Kreis sein. Ich sagte ein Kreis. Sag mal. Geht's noch? Na also. Damit haben wir jetzt erstmal hier wieder genug Punkte zusammen, um jetzt endlich mein letztes Tintenfass aufzuwerten. Und das mache ich jetzt. Aber gleich erstmal brauche ich hier noch alles. Schön zu blühen. Oh. Falsche Stelle. Dann machen wir ja natürlich hier alles erstmal fertig. Wird das hier auch nochmal schön zum Blühen bringen. Und damit hätten wir das hier schon mal. Hier ist ein goldener Pfirsich drin. Ah, sehr gut. Eine verstreute Perle. Und wir haben noch eine Wildschweinstatue. Eine der 13 Sternzeichenschätze. Kennen wir alles. Und gibt es einen bestimmten Grund, warum jetzt dieser Stein hier ist? Ist das ein Grab oder so? Tja, gute Frage. Sonst ist hier ja nichts weiter. Na gut, dann werden wir uns erstmal hier darum kümmern, dass ich mein letztes Tintenfass aufwerte. Es ist voll. Ja, gut. Damit hätten wir das also schon mal erledigt. Also Tintenfässer, darum brauche ich mich jetzt gar nicht mehr kümmern. Also erstmal nichts wie raus hier wieder. Gut. Und jetzt? Ja, würde ich mal sagen, es ist langsam mal Zeit, dass ich mich jetzt um diesen Orca kümmere. Oder um wen es sich dabei handelt. Oh, und was sagt man dazu? Dich kenne ich doch. Nun, das ist doch ein Gesicht, das ich kenne. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen, Hündchen. Hey, du bist doch der Apfeltyp, der an der großen Zugmucke war. Wir haben dich nicht in die Stadt gesehen. Was machst du denn hier? Äh, nun, ähm, ich habe meine Meinung seitdem total geändert. Ich habe meine alte Arbeit aufgegeben und bin auf die Reise gegangen, um meine Fähigkeiten noch weiter zu verbessern. Das gefällt mir besser als der dumpfe Wachdienst in der Stadt. Nipperts bester Bogenschütze und sein Bogen Goldfeuer sind immer noch in spitzen Form. Hier, Hündchen. Wollen wir eine Kleinigkeit essen und uns ausruhen? Oh, ja, vielen Dank. So, warte mal, du hast noch mehr zu erzählen. Ist das so eine Art Training, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Auf jeden Fall. Siehst du diese Frucht? Die da auf dem Baum auf der kleinen Insel hängt? Das ist mein Ziel. Ich kehre wieder zurück zu den Grundlagen. Aber diese Frucht ist hart wie ein Stein. Nichts fügt ihr Schaden zu, sogar wenn ich die Mitte hundertmal treffe. Es hört sich komisch an, aber das macht es zu einem guten Ziel. Hier, Hündchen. Wollen wir eine Kleinigkeit essen und uns hier drum kümmern? Okay, das ist interessant. Also gut. Damit meint er ja wahrscheinlich diese Frucht, die da hinten am Wächtersprissling hängt. Die kann ich ja von hier aus sogar auch ein bisschen sehen. Ja, wahrscheinlich so eine kleine Nebenwirkung, weil ja nicht wir diejenigen waren, die diesen Wächtersprissling wieder zum Blünen gebracht haben. Könnte ich ja zumindest mal denken, weil das war ja Wacker, der ja eigentlich diesen Wächtersprissling hier wieder befreit hat. Okay, ähm, hier brauchen wir erstmal für die Kühe ein wenig Grünfutter. Gut, und was ist eigentlich überhaupt hier mit dem Wasser los? Ist das normal, dass das so komisch gelb ist? Sag mal, ihr Kühe, ihr habt doch nicht etwa hier oder... Oh Gott, ich werde hier auf keinen Fall baden gehen. Na gut, ähm... Na schön, ich würde mal sagen, ich gehe jetzt erstmal nach unten, also ich weiß jetzt nicht, ähm... Mache ich das jetzt hier gleich noch mit dem... Mit dem Wächtersprissling aber erstmal will ich mal mich hier rum kümmern. Oh, ups. Entschuldigung. So, dann werde ich erstmal hier was ausprobieren. Er ist... Der Typ hat ja gesagt, Orca würde er mit der Morgensonne erscheinen. Deswegen probiere ich mal hier was. Mal kurz einen Tag-Nacht-Wechsel hier vollziehen und dann werden wir ja gleich mal sehen, was passiert. Ja, Tatsache. Da ist er ja, der große Orca. Da kommt etwas! Zumindest vermute ich mal, dass das Orca ist. Also er sieht zumindest aus wie ein Wal. Wäre noch nicht gerade wie ein Orca. Warum sieht dieser große Fisch so frieden aus? Das ist kein Fisch, das ist ein Meereszeuger, ist so ein... Das kommt mir nicht ganz koscher vor. Ah! Orca! Orca, du bist es! Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe aufgehört, die Jahre zu fett zu zählen. Bist du gekommen, um mich wieder zum Drachenpalast zu bringen? Sieht wohl nicht so aus. Wow, verdammt, Alter! Schade, den einfach mal so weggesmasht. Äh, Orca? Das ist der Gesandte oder was auch immer der Drach... Der Draconier? Sieht wohl ganz so aus. Wow, wie anmutig. Drachenpalast Gesandter Orca. Endlich einer, der würdig ist, in den Drachenpalast zu besuchen. Hüpf rauf! Ich werde dich zum Drachenpalast bringen. Hast du das gehört, Amy? Was das Schwimmen angeht, kann mir niemand das Wasser reichen. Selbst der Wasserdrache kann sich nicht mit mir messen. Ja, du hast ihn gehört. Was werden wir tun, Amy? Aber ich schätze, du hast dir bereits deine Meinung gebildet. Ja, mehr oder weniger. Tja. Genau, das ist Orca. Er würde uns zum Drachenpalast bringen. Und dafür müssen wir eigentlich ja nur auf seinen Rücken steigen. Was nicht gerade so einfach ist. Naja, mehr oder weniger. Und zuhören. Das ist Orca? Kein besonders kreativer Name. Und er sieht noch nicht sehr vertrauenswürdig aus. Willst du auf ihm reiten? Auf Orca reiten? Ja, wenn ich schon auf seinen Rücken sitze, warum nicht? Ja, das willst du? Nun, ich schätze, wir haben keine große Wahl. Wir können auch den Vorteil nutzen, jetzt da er hier ist. Was das Schwimmen angeht, kann mir niemand das Wasser reichen. Der Wasserdrache kann sich nicht mit mir messen. Ja, das kennen wir doch schon. Hast du das gehört, Amy? Glaubst du ihm? Vielleicht sollten wir uns von ihm zum Drachenpalast bringen lassen. Ja, ich befürchte, das kann ich jetzt nicht tun. Hä? Du musst die Prüfung erfüllen, die Othor Himmel verlangt. Nur dann wirst du würdig sein, die Drachenpalast zu besuchen. Hast du das gehört, Amy? Ich bin ja nicht taub ist oder so. Frag das nicht immer zu. Hey, Orca, ist Othor Himmel, wie die heißt, euer Boss? Was denkt ihr sich nur dabei, die Drachen amok laufen zu lassen? Hör zu, Orca, wir wollen runter zum Drachenpalast. Dann lass mal von dieser Prüfung hören, von der du erzählt hast. Der Eingang zum Drachenpalast ist ein Wirbel. Aber er ist gerade versteckt, um den bösen Wesen fernzuhalten. Die dieses Gebiet plagen. Du musst den Wirbel in die Weiten des Meeres finden. Das ist die von Othor Himmel geforderte Prüfung. Hast du das gehört, Amy? Sag mal, wie oft willst du mich das noch fragen? Hört sich nach einem Kinderspiel an. Ich meine, die See ist voller Orte, die geradezu darum bitten, erkundet zu werden. Wir können sie bei unserer Suche nach dem Wirbel erkunden. Ja, ich würde mal sagen, genau das mache ich ja auch. Vor allem, weil ich mir ja jetzt endlich mal diesen Wächtersprössling angucken wollte. Nun, auf was warten wir noch? Volle Kraft heraus, Fischschuppe! Das ist ein Meereszeuger-Istern und kein Fisch! Na gut, dann wollen wir erstmal kurz gucken. Also erstmal will ich ja hier, wie gesagt, auf die Insel vom Wächtersprössling rauf. Aber erstmal muss ich hier eine Anlegestelle finden. Und da ist ja auch eine. Von Orca runter? Ja, bitte! Tja, und weiter geht's. Erstmal muss ich ja hier das aufmachen. Ein schönes Kleeblatt mal wieder hier, das ich zum Blühen bringen kann. Und dann habe ich ja hier noch eine Kiste mit einem Reiseglücksbringer drinne. Sehr gut. Was habe ich hier noch? Äh, ja gut, dann wollen wir erstmal schauen. Also es war ja diese Frucht hier oben. Bin ich ja mal gespannt. Und, man, ich höre ja von hier aus immer noch diese olle Katzen da hinten beim Turm heulen. Das geht doch nicht. Äh, wo war jetzt diese olle Frucht, die jetzt hier am Baum hing? Ich sehe die jetzt gar nicht mehr. Ach, da! 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 Das ist komisch. Tja, mit der Frucht kann ich hier absolut gar nichts anfangen. Ach, und so langsam geht mir dieses Katzengeheul wirklich auf die Nerven. Deswegen, Freunde, würde ich mal sagen, im nächsten Part werden wir uns mal auf dieser Insel da umschauen. Warte, aber erstmal habe ich ja hier eine Schatzkiste gesehen, die ich noch ausgraben kann. Und in der Perlen drinne sind. Na gut, warum nicht? Na gut, Freunde, das war es dann heute mal wieder hier mit Let's Play Okami HD. Im nächsten Part werden wir uns mal, wie gesagt, hier zu diesem Quittentum-Verschnitt hier begeben, um herauszufinden, was für eine Katze da eigentlich überhaupt da oben ist, die jetzt hier ständig am Heulen ist. Also dieses kleine Mädchen hat uns ja da vorne ja eigentlich ja was darüber erzählt, dass da eine steinernde Katze ist, die ja eigentlich sogar ursprünglich mal ein Gott war. Und das macht mich ja natürlich ein bisschen neugierig. Also dann, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und Tschüss!